Hallo zusammen, ich hier ist wieder euer Tjela und herzlich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es um eine kleine schnelle Angelegenheit und zwar will ich euch zeigen, wie ihr eine coole Brille kriegen könnt. Die habe ich mir mittlerweile gerade schon besorgt. Die schimpft sich Lord Godfraes alte Brille. Und wie ihr sehen könnt, sind das so ein bisschen eingetönte, runde Brillengläser. Und ja, die könnt ihr euch hier in Gelneas holen. Einfach hier in den Gewässern. Ich habe es jetzt hier auf den Koordinaten 49, 46 geangelt. Und dafür müsst ihr einfach quasi diese Questreihe beginnen bzw. abschließen, die es jetzt mit Patch 10.2.5 in Waldracken zum Annehmen gibt. Und ja, dann könnt ihr hier einfach in den Gewässern angeln. Und mit ein bisschen Glück kriegt ihr dann einfach diese Brille. Wir können jetzt einmal lernen. Und ja, hier seht ihr sie nochmal. Können wir vielleicht ein bisschen näher noch hinfahren. Ja, sieht schon ganz cool aus, muss ich sagen. Und ja, ich kann euch mal zeigen, wie viele Tries ich gebraucht habe. Also ich habe hier geangelt 18 und 18 von den Fischen insgesamt. Also keine 40 Fische, die ich geangelt habe, um dementsprechend dann das Teil zu kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Lack hatte oder nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viel ihr geangelt habt, wenn ihr das Ganze nachmacht. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Viel Spaß mit eurer Brille, wenn ihr sie dann ankriegt. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Eutela, bis dahin. Ciao.